Hallo, willkommen zurück beim Red Talks für unser Let's Play Empire 2. Ja, Sie haben gesehen, dass wir haben sich wirklich schön gut eingerichtet am Anfang. Ich habe auch ein paar Leute danach gestorben gelassen, weil wir haben zu viele Leute. Aber jetzt zurück. Jetzt kommt er, haben Sie gesehen, mit seiner Kavallerie. Aber das war doch nichts. Ja, die Ölquelle will der unbedingt da, was? Aber dafür. So, Smart Plane, Taltika, Atmospheric Fighter. Aha. Da bauen wir zwei Stücke. So, ich habe auch sowieso jetzt noch... Ah, bald. Noch nicht. Ich weiß nicht, was der Wind greife jetzt. Okay, aber der... Oh, der hat schön... Ne. Haha. Das sollte mal wieder uns verstärken jetzt, weil... Und, äh... Flughafen ist nicht so sicher jetzt, ne. Dann bauen wir wieder... Noch eins hier. Ah, Iris. Was mir nicht gefällt. Okay. So, jetzt. Achtung. Jetzt machen wir das Blatt. Blatt, Blatt, Blatt. Ah, jetzt sieht man besser. Ah, haha. Wow. Das war aber richtig krank. Oh, jetzt. Jetzt kommt er. Jetzt kommt er wieder mit der Liefstraue. Aber da ist jetzt die Party jetzt. Haha. Okay. Okay. Oh, aber mit was kommt er? Ja, aber... Osman, as I said, control of Brandenburg. Okay. Aber was will der machen mit seinem kleinen Typen? So, was ich wollte noch... Ah, die Ölquell lasst er uns nicht das nehmen. Er denkt... Ja, das ist voll wert für ihm. Ja, für mich auch. Was ist das? Aber gut. Jetzt schickt mal ein bisschen Feuer. Ein bisschen Feuer. So, Moment mal. Wo ist unser... So, jetzt. Jetzt kriegt er alles, was er möchte. Ah, jetzt sehen wir auch besser, was er hat gebaut, gell? Oh, aber... Oh. Okay, es macht auch nichts, wenn der... der mal unsere Bombe kaputt. Da wollte ich nur gucken, was der hat. Der hat schon richtig gebaut, der andere. Aber... Aber wo ich muss sagen... Das gefällt mir auch nicht, was der hat gemacht, gell? So. Jetzt, Achtung. Da mach mal ein Stadt kaputt hier. Da mach mal diese Stadt kaputt hier. Da mach mal diese Stadt kaputt hier. Aber... Aber wohin wo? Wohin woher? Ah... Der hat wieder was hier. Aber... Aber... Oh, wo, 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 wo... Leute! Eingreif! Hallo, Männer! Männer, was machen die? Jetzt ist es schlimm, was der hat vor. Mal mal Paladin, mal mal alles hier drauf. Ich soll uns... Oh, aber jetzt, das gefällt mir gar nicht. Er hat so viele Verstärkungen gegeben. So, Moment mal. Da brauchen wir mehr, 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 mehr Silo. Ah, da brauchen wir mehr Silo, ehrlich. Der hat uns... Er will unser Flughaf kaputt machen. Jetzt ist die Folge... Lass mal die Kavalerie raus. Jetzt, jetzt, jetzt kriegt er die Kavalerie jetzt. So geht's mit mir. So geht's. So geht's. Aber er hat trotzdem... Sie haben gesehen, unsere Flugabwehr... ...zerstörig. So, was will der mit seinen Männern? Ehrlich. So, aber ihr, wir sind gar nicht in Sicherheit. Ehrlich. So, aber jetzt... So, aber jetzt... Jetzt gibt er Verstärkung. Ah ja. Wie gesagt, die sind zu zweit gegen uns, he? Die waken nicht uns. Die waken nicht uns. Okay, aber jetzt... Es ist gut, dass wir reparieren uns. Was ist das? Was ist das? Flughafen. Hallo, was wollen die hierher? Oh, aber... Da kommt er wieder mit großem Material hierher. So. Lass mal wieder... Lass unsere Flughafen in Ruhe, du. Aber sie sehen das, wir haben gerade auch wieder ein neues Problem. Dass die greifen sofort an. So. Der Bomber soll zurückkommen. Oh je, oh je, oh je. Ah ja. Warum geht der nicht zurück? Ich habe gesagt, er soll zurückkommen. So, wir haben ihn gut gemacht mit unseren Flughafen. Aber... Trotzdem schickt er uns... Sofort. Männer. Und ab, ab, ab. Hohohohohohoho. Das geht richtig ab hier. Aber jetzt... Jetzt reicht mir. Und greift er uns alle? Das gibt's doch nicht. So, ich guck. Aha. Irater. So, Moment. Jetzt muss ich... Aha. Er hat so viele. Oh, das wird nicht gut gehen. Oh je, oh je. Oh je, oh je. Jetzt schickt er die Kavalerie jetzt. Oh ho ho. So, Moment mal. Kavalerie. Oh je, oh je, oh je. Das wird übel jetzt. Das wird übel. So, jetzt. Alle raus. Das wird übel. Das wird übel jetzt. Aber kotzernok haben wir auch... Aber der will uns... Hahaha. Macht doch nix. Mach mal wieder. Hier ist er ein Missilesilo. So, Moment mal. Er will uns. Wirklich. Er nervt die Kumpel. Der Kollege nervt. So. Jetzt machen wir... Linotaur. Oh. So, jetzt. Jetzt, Moment mal. Aha. Ihr werdet euch zerstören. Ah, sie haben auch gesehen die. Jawoll. So geht's. Wirklich gesagt. Ich brauche noch mehrere Sachen hier. So. Der schickt uns ein... Ein Typ, ein General oder so. So. Erstmal hier reparieren. So. Machen wir wieder... Ein paar Paladin und alles hier her. So. Machen wir wieder... Ja, ich habe einen Flugzeug verloren. Zwei Stück habe ich verloren. Ah, das war klar. Ich wollte gerade sehen, wo die kommen alle. Das ist unfassbar. Ja, hier... Hier haben wir zwei Flugplätze. Ah, ha, ha. Ah, da kriegt er voll drauf jetzt. So. So. Ich muss mehr bauen. Mehr bauen. Mehr Missile bauen. So. Mach mal mehr Missile. Das ist... Was sehen die Sachen. Aber ich werde auch die Missile... So. Jetzt Achtung. Jetzt Achtung. Die Flugplätze waren kaputt. Die Flugplätze waren kaputt. Und da sind wir am Start mit uns. Das ist sehr gut. Und die greifen schon von drüber. Unsere Männer. So. Er soll auch... Und was macht er? Ja, nehmt er auch mit. All systems are ready? Okay. Dann greif hier ran. Hehehe. 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 So. Jetzt. Jetzt. Jetzt kommt... Jetzt kommt jetzt das Lustig. Weil der... Der... Der Schikon zockt. seine Truppe. Aber der hat sich richtig gebaut. Aber den kriegen wir auch weg. Weil der ist sehr, sehr stark. Schaut ihr das an. Was der hat alles gebaut, das ist verrückt. Aber... Iris am besten... Okay, das krieg ich auch weg wieder. Das muss auch zerstört werden, weil... Wie ich seh... Er hat sich wirklich stark gemacht hier. Aber ich krieg das nicht hier mit meinem Missil. Oh je. So, jetzt. Jetzt greif mal wieder an. Seine Flughafte. Soll kaputt gehen. Und kommt der Missil jetzt. Wie, der Missil hat nichts getroffen? Ah, das gibt's doch nicht. So, ich schau. Ich schau gerade. Hier, das ist noch in Ordnung. Kann man noch ein Missil bauen? So, jetzt. Achtung. Da will ich Spultreffer machen. Aber warum kommt unser Missil nicht? Da frage ich mich immer. Ei, ei, ei. Unser Missil ist nicht gekommen. Okay. Da muss man sich überlegen. Zu angreifen. So, jetzt. Achtung. Da greif mal schön an. Ne, darüber ist besser. Oh, der hat sich auch voll verstärkt. Oh, oh je. Okay, wir schicken ihm unsere Männer. Dann machen wir mal wieder Minuto Fünf Stück So, wenn ich hier bleibe. Und greif mal schön bei ihm an. So geht's. So geht's, Leute. Er ist alles sehr schnell jetzt. Ah, das gibt eine Tür. Haben wir sie gesehen? Kann man auch reingehen, aber gut. Die braucht man gar nicht. Aber schön. Das ist Bauer kaputt gemacht. So, jetzt. Ich guck. Das geht mal noch. Seine Flugabwehr weg. Jetzt kommt er mit seinem großen Paladin. Aber das hat nicht gereicht. Ah, die Tür, der hat doch. Die haben dauernd kaputt. Koffeln wir. Jetzt war mal die Tür kaputt. Oh, aber jetzt wird es nicht mehr lustig. Jetzt schickt er uns die Kavalerie. Schön wieder die Kavalerie zurückgeschickt. Okay, aber er kann ruhig kommen. Mit seiner Kavalerie. Weil da, Mama, viel kaputt jetzt. Und jetzt, 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 jetzt. Jetzt fällt unser Missil. Aber wo? Wo fällt er hin? Das gibt es doch nicht. Und unser Missil haben keine Reichweite, oder wie? Jetzt. Glaub mir. Jetzt. So, jetzt. Oh, oh, oh. Aha, jetzt schickt er uns ein Flugzeug. Ja, 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 okay. Moment mal. Da schickt man die Beine hierher. So seine Flugzeug kaputt. So seine Flughafen kaputt zu machen. Reparatur ist sehr wichtig. Aber, oh, er hat auch Flugabwehr gehabt. Das ist wirklich ein Kampf hierher. Ich habe gedacht, dass in ein paar Stunden kriegt man schon alles weg. Aber nein. Ha, ha. Der ist aber stark, der. Aber, das schaffen wir auch. So, jetzt. Ich frage mich, warum. Unser. So. Da mach nix. Da mach auch kaputt jetzt. Jawohl. Jawohl. Ha, ha, ha. Die Umschraube haben wir noch voll genommen. Ha, ha. Okay. Unser Spielzeug funktioniert. So. Ah, das ist nicht von uns. Ha, ha. Okay, ich habe gedacht. Aber so bald ist das gut, das. Wir haben einen schön gute Sache gebaut. So, jetzt. Achtung. Da kommt schön noch ein Missil wieder. Oh. Ja, aber irgendwie unsere Missils sind schwach. Oder ich weiß nicht. Sowieso. Apropos. Da war uranium in der Nähe. Ah ja, hier. Das stimmt. Aber wer greift uns an? Oh. Der hat das gebaut, der. Moment mal. Da schickt man ihm sofort sowas. Ah ja, das habe ich nicht aufgepasst. Oh. Er hat sich auch. Oh. Oh. Sowas nicht. Ne. Sowas nicht, Kumpel. Da hast du dich hingelegt mit mir. Okay. 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 Aber jetzt kommt wieder die Umschraube. So, jetzt. Machen wir richtig feier hier. So. So geht's, Junge. Ah, drüber ist ein Flughafen. Aha. Okay. Das muss man auch kaputt machen. Oh, Leute. Oh je, oh je. Leute. Aus. Ich habe auch nicht gesehen, dass der Rad auch schimpft. Unser. Führer okay das ist eine gute Partie wieder so die greifen an so jetzt jetzt schick ich ihm was sehr gut ist aber irgendwie das klappt nicht mit unserem Missil so jetzt jetzt endlich mal Ruhe mit sowas so aber jetzt ich mach mich nicht mehr so lustig mit ihm ah ich kann es nicht mehr feuern okay gut so da muss ich zugeben da da ist die Part sehr interessant weil er hat alles versucht aber wie ich sehe wir haben schon eine Flughaf weg gemacht hier muss man noch kommen der ist stark hierher der ist stark okay ich guck mal was könnte man noch machen jetzt sowieso unsere Flughaf ist kaputt jetzt da muss man wieder was bauen ein neuer Flughaf aber das mach ich jetzt gerade jetzt hierher jawohl für schnelle G sollte er auch mitmachen hallo so jetzt wir müssen wieder Flugabwehr machen weil das ist unmöglich alles was der macht der macht Kraft mit uns okay und jetzt aha das hier das hier oh oh das hat er etwas sehr böse gemacht dann jetzt kriegst du was hoch so Achtung ah das okay jetzt ich verstehe ah Moment mal jetzt habe ich etwas verstanden warum unser Missile werde immer nicht die Sil treffe okay aber jetzt jetzt machen wir das kaputt ehrlich oh sowieso so das muss kaputt gehen boah schön wieder der greift uns an aber Flugabwehr sind da aber da muss man noch mehr Flugabwehr machen jetzt das hat geklappt jawohl so jetzt jetzt das ist ein großer Kampf ehrlich so habe ich nie gedacht das wird so ein Kampf sein aber aber der hat sich richtig voll aufgebaut und wieder aufgebaut ja und wer greift uns an die ganze Zeit oh er immer noch Moment mal Moment mal so geht das nicht Kumpel die ganze Zeit wird mal jetzt besser jetzt könnte man wieder in Ruhe bauen aber für den Moment ich habe wirklich Spaß daran an dem Spiel weil ich habe gedacht das wird so easy aber so easy ist das nicht in zwei Parts haben sie gesehen dass sie ist unfassbar ich habe noch nie so Spaß gehabt mit einem Pirate 2 muss ich zugeben oh schaut ihr das an er wird wiederkommen ey nicht in die äh ah Pflugplätze Absturz so aber jetzt da ich ich mach alles äh ne vielleicht das weg machen ist zu nah um Flug auf was ist es sollt mir das an naja ist ein Flugblitz oh aber jetzt greift er wieder ran oje 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 Männers 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 hopp hierher eingreifen das wird der verregt so aber jetzt ist die Sache wir müssen mehr Abwehrsystem bauen bevor dass er uns zerstört alles und wir machen noch zwei Minuten und dann mache ich auch die Part am Ende der schickt uns Burger weil er will irgendwie etwas bauen aber jetzt jetzt Achtung lieber Gott dein Flug auf die Mama kaputt jetzt mach mal ich hoffe der hat keine Flugabwehr jawoll so war mein Plan haha oh das ist noch interessant hierher oh oh jetzt aber alles frei aber der hat sich richtig boah ah und hier ist noch die Flugplätze oh da hat er viel gebaut ok aber sie sehen ein Missile und ist alles kaputt so für den Moment wir haben zu tun mit einem starken Gegner so ich guck mal gerade wieder wo ich bin da baue ich wieder Bombe oh drei vier Stück Mama hey Mama zehn Stück dann aber auch was zu tun zu machen aber dafür muss ich guck dass bei uns drüber noch welche leute stirben lassen aber ich weiß nicht wo wer sollte mal was ist das ihr ah das ist ein Priester ok imperial lancer die brauchen wir auch nicht mehr so und ist die auch gar nicht am arbeit sie ob arbeit jetzt schau ich gerade das kann man hier lassen das kann man auch kaputt machen ja ich muss irgendwie haben spaß gehabt das war auch wieder ein bisschen lang aber ich habe spaß gehabt und wir sehen uns in die nach der folge und tschau schau ich auch